So Freunde, da sind wir wieder. The Legend of Zelda Goddess of Cuck Dungeon. Wir sind wieder zurück. So, ich hab mal jetzt ein bisschen geguckt, ge-youtubed und geschaut, wie wir weiterkommen. Und in der Tat, es ist so simpel wie... Normalerweise ist es ja wirklich so, wenn man in einem Raum was verändert, sei es hier Vasen hochschieben oder Blöcke verschieben, man wechselt den Raum und geht dann wieder in den Raum zurück, dass alles seinen Ursprung wieder hat. Richtig? Richtig. Falsch. Hier nicht. Wär ich mal früher drauf gekommen. Wow, das ist eigentlich... Man darf es niemandem erzählen, das ist eigentlich unglaublich. Unglaublich peinlich. Aber gut, jetzt ist es egal. Jetzt ist es Jacke wie Hose. Also, ähm... Uiuiuiuiuiuiui. Jetzt wird es I. Ähm... So, jetzt wird es richtig I. I. Jetzt wird es richtig I. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. 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 Mein Gott, ey, was für eine Pisse. Ich hasse diesen Dungeon. Ich hasse diesen Dungeon. Er ist so grauenhaft. Weil er einfach... ...ein Abfuck ist. Sorry, wenn ich das so sage. Alter. So eine Kretze ist das. Ja, nein. Mann. Ohohoho. Boah, ich hasse dich da nicht. Ich hasse dich so abgrundtief. Mach doch mal was richtig hier. Nein. Ohoho. Ohne Save-Sets kannst du das hier nicht schaffen. Das ist unmöglich, ey. Ja, komm, na. Hahaha. Nein. Ich hasse es. Ich hasse es. Mann. Ey, ich glaube, das funktioniert... Das funktioniert so nicht. Da muss ich anders rüber, glaube ich. Da oben. Da oben. Das ist kacke. Das ist kacke. Nein, da war er. Da war er. Da war er doch. Da war er doch. Da war er doch. Verdammt. Scheiße. Was soll der kacke? Oi, Leute. Fuck you. Spiel. Du bist so. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen ausartere gerade. Ja, danke. Oh, mein Gott, ey. Ist das denn so schwer? Geht doch. Oh Gott. Oh Gott. Komm mal klar, ey. Gut, ich halte es aus. Okay. Oh nein. Echt jetzt? Alter. So, okay. Also, es passt. Ja. Ja. Und jetzt sagt mir nicht, ich muss echt gegen die Stachen rennen. Echt? Das ist so... uncool. Boah. Boah. Ey. Okay. Er ist... Hä? Hä? Äh? So, genau. So wollte ich es. So wollte... Oh nein. Alter, echt. Ey, Leute. Kommt mal. Klar. Das ist so ekel. Nein. Er sollte sich nur ein Stückchen drehen. Er sollte sich nur ein Stückchen drehen. Stückchen. So. Das ist ne Folter. Das ist ne Folter, dieser Dungeon. Das ist ne Folter. Mama, hilf mir, bitte. Nein. Nein. Nein, nein, nein Ey, wer der Schwierigkeit gerade weiter so anzieht Dann ist Parallel Worlds echt Weiß ich nicht dagegen Ein Kindergeburtstag Vor allen Dingen, ich bin ja auch unter massiven Zeitdruck Dadurch, dass Hat er mir jetzt zwei Herzen Nein, da war er doch wieder fast Dadurch, dass hier die beiden Dinger auf mich schießen Au, 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 au Ah, ja, was zeige ich da, Tau Oh, fünf Minuten, ey Fünf Minuten an diesem Kackding Und wenn ich daran denke, ich müsste diesen Weg wieder zurückgehen, ne Ey, dann würde ich heulen Dann würde ich heulen Ich würde mich froh, dass diese scheiß Kristalle von Endbossen einbieten Wieder rauch Alter, jetzt komm mal klar hier Jetzt reicht's aber langsam Jetzt reicht's mir langsam, komm mal klar Nein Ich hasse mich Ich hasse mich so sehr Ich hasse mich so sehr, ne So abgrundtief sehr Na ja, ich kann euch ja ein bisschen mal was erzählen Ähm, damit das jetzt nicht so langweilig wird Was haben wir eigentlich heute für ein Datum? Weiß ich gar nicht Datum der Aufnahme 15. August Die Gamescom ist am Laufen Ich freu mich da zu sein Wieder am Samstag Wie immer Und ich hab gehört Am Donnerstag soll da schon die Hölle los gewesen sein Eine Bekannte von meiner Freundin Die soll da gewesen sein Ich glaub eine Stunde vor Einlass Und ist angeblich erst zwei Stunden nach Einlass reingekommen Also drei Stunden anstehend ist schon top Muss ich schon mal sagen Da kann man ganz klar wieder sagen Die Organisation hat es total verkackt Aber gut Ich mein, das kennt man ja bei der Messe Köln Ich mein, die Hallen sind zu klein Die Gänge sind zu schmal Ähm Yes 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 So Ersten haben wir Von ich glaub Vieren oder so Das ist Wahnsinn Weiß ich tipp Ich tipp das Steuerkreuz nur minimal an Nur minimal so Yay Und das funktioniert wieder Geht doch Kackspiel Ha Kackspiel Badam Bidam Bim Pfff Äh Äh So Jetzt aber So Meine Herren Gesangshahn So Haben wir den Ersten Ja Pff Hehehe Hehehe Yes So Ihr Kackers Ihr Okay Das passt Nicht Okay Das Ich muss aufpassen Dass ich nicht auf die F2 Aus Versehen drücke Das ist echt fies So Ich taste mich da jetzt ganz leicht ran Anders geht das nicht Also nicht So Auch nicht So Auch nicht Der soll sich nicht so weit bewegen Ich tipp das Steuerkreuz nur minimal An Nur minimal Und der Bewegt sie direkt gefühlt Fünf Pixelbreiten weiter So Das ist zu viel Was er sich einfach Ich meine Ich kann mich nicht weiter Vorstellen Ihr seht das ja schon Viel weiter Komme ich da nicht Nein Da war er Da war er Da war er Fuhu Pfff Pfff Hm So Meine Güte Das ist schon Ist schon ein bisschen kacke Das Spiel So Safe State Nochmal Fuck you Am Arsch Was soll das denn Willst du mich ja gucken Geht doch Danke Safe So Hap Jetzt muss ich kurz Überlegen Wie macht man das denn Jetzt hier Okay Okay Ich wollte schon gerade sagen Trifft er mich Oder trifft er mich nicht Nein Da war er fast Den muss ich jetzt mit ein bisschen Taktik wieder machen Das ist der letzte Der Rest dürfte eigentlich Kinderspiel Der Rest dürfte eigentlich Kinderspiel sein Alter Plack auf die Zähne Plack auf die Zähne Das ist angenehmer Als der Scheiße Au Wie oft wäre ich schon Verreckt in dieses Spiel Ohne Safe State Im Ernst Safe State Guck mal hier Bam Geschafft Alter Und das geht ja genauso Eklig weiter Ist das Fui Ist das Alter Zwölf Minuten Für diesen Was mache ich eigentlich Für diesen Scheiß Ist die Frage Hä Da muss ich jetzt erstmal gucken Was muss ich hier überhaupt machen F4 Load State Bitch Äh Ich bin gerade irgendwie überfragt Was man hier macht So Die Nervensiege ist erstmal weg Ich bin gerade echt überfragt Was das hier so alles irgendwie soll Ich werde auch jeden Treffer jetzt laden Weil ich habe da keine Energie mehr Und wer weiß Was mich hier in diesem Dungeon noch erwartet Was ist das Und irgendwie Hä Ich bin gerade überlegen Wie komme ich hier rüber Ich muss ja hier irgendwie rüberkommen So Aber die Statue hier So Das ist schon mal klar Das haben wir Safe State Safe State Safe State Danke Du Kacka Du Spiel Du Pfft So Ähm Safe State Dann müssen wir die nächste Ganon Statue Gut Das passt auch Das ist echt gut Die Kretze Leute Was soll das denn Alter Ja Danke Meine Herren Oh das ist immer noch nicht zu Ende Alter Oh Gott Ey Ja das hätte nur gefehlt Wenn es irgendwas hier nicht passen würde Danke Danke Vorbei Und Uff Uncool Und nochmal einen kleinen Load State So What the fuck Boom Danke Wow Jetzt sind es auf einmal wieder zwei Schön fies Schön fies Mal ganz im Ernst Richtig Richtig Badass Safe State Bitch Alles klar Zurück What the fuck Boom Danke Schau Auf jeden Fall schon mal Eine große Truhe Ah Guck mal An Alter I Komm mal klar Krieg ich den noch Na natürlich Krieg ich noch Das war's Dann war das ja kein richtiger Dungeon oder was Mal Öff you found the stolen master sword Yeah You can defeat Ganon Und don't forget to return the holy sword to the sacred meadow. Wüsste was? Nein! Nein! Ich lasse mich töten. Den Dungeon laufe ich nicht nochmal raus. Ich bin noch nicht krank. Ich habe Feen. Ich habe Feen. Da werde ich nie so leicht sterben. Oh, ich bin gestorben. Nein! Wie tragisch. Das ist mir so egal. Bring it on. Nein! Ihr kennt mich so sehr. So. Die Scheiße ist geschafft. Mein Gott, was ein Kack. Was ein... Ich bin wieder falsch. Tschüss. Wobei das immer... Wo ist denn Kakariko? Kakariko ist denn 5? Ich Idiot. Da. Da, 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 da. Meine Herren, Alter. Echt. Ihr Korte Ferry. Du auch mehr Bitch. Bitch, lass dich einfangen. Olle. Alter, willst du mich verkohlen? Kommst du mal her? Ja, hast du aber irgendwas anderes zu tun, als einmal nach oben oder nach unten zu fliegen? Jetzt komm runter. Ja, da leckt mich. Da leckt mich. Gebe nochmal rein. So, jetzt aber hier. You caught a Ferry. Genau, danke. So, jetzt noch ein blaues Elixier zum Schluss. Und dann Hamvit. So. Bei 6. Dann gehen wir hier schön außen lang. Hepp. Und einmal mal schön runterrennen. Ne, falsch. Ich bin blöd. Ich bin doof. Oben eingeritten. Ja, komm. Ach, oh. Doof. Mein halbes Herz gewonnen. Jetzt müssen wir hier unten irgendwo lang, ne? Ja, mein Gott, dann laufe ich jetzt halt nochmal lange. Wir machen den nächsten Dungeon. Ich denke mal, wir können jetzt in den Turm rein. Als ob ich den jetzt noch heute mache, nach der Nervenschlacht. Ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ich jetzt gleich fertig mache, ne? Die Aufnahme beende und ich sehe, dass Fraps nicht wieder aufgenommen hat und die Aufnahme dann startet, wenn ich es eigentlich aufnehme, weil er den Aufnahmeknopf wieder, wo er nicht reagiert hat, dann drehe ich durch. Und übrigens dann fresse ich einen Besen. Nee, dann kann ich für nichts garantieren. So, jetzt kaufen wir uns noch ein schönes Elixier. Lassen wir uns noch schön mit rotem Elixier verwöhnen. Weg. Hallo. Da, 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 da. Dankeschön. Und noch was vom roten. Hehehe, danke. So, meine Freunde, das war's. Mit der letzten Schüssel, der geht es auf. Kack. Und so. Und vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Macht's gut, haut rein. Und tschüss. Tikovski. Bis zum nächsten Mal.